Beschreibe dich als Führungskraft mit drei Worten. Extrem unangenehm, Punkt. Würdest du sagen, du bist eher dieser Chef, der sagt, alle müssen mich respektieren, alle müssen Angst vor mir haben oder dieser, ich will gemocht werden, Vibe? Ich glaube, weder noch. Ich bin für mich selber sehr, sehr kompetitiv und wenn ich irgendwas mache, dann will ich es auch gewinnen. Deshalb bin ich wahrscheinlich so ein freundlicher Choleriker. Lieber direkt kündigen oder Leuten eine zweite Chance geben? Kommt auf das Vergehen an, aber prinzipiell eine zweite Chance geben. Lieber ein Team nur mit Arbeitsmaschinen oder ganz viele individuelle Künstler am Ball? Ich finde schon eher Team, es muss erst cool aussehen und dann ein Tor. Also lieber die Zweiten. Lieber die Künstler, ne? Und dann Messi oder Ronaldo? Äh, Ronaldo. Ja, das passt jetzt aber gar nicht zur vorherigen Antwort, ne? Wieso? Weil Ronaldo ist ja dieses Arbeitstier und Messi ist ja dieser Talent. Wird ja immer so gesagt, der eine wurde mit Talent geworden, der andere hat sich erarbeitet. Ja, okay, aber ich dachte, das war jetzt auf den Spielstil bezogen. Ich finde es auch cool, wenn man Kontraste vereinen kann in seinen Augen.